Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz. Der Felix Möse hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gag zum Thema Pizza. Ja, da kommt er wieder früh. Tja, hab ich ja auch gesagt. Aber pass mal auf, Dirk. Ich glaube, ich hab sogar schon einen. Okay. Mein Italiener hat seine Speisekarte jetzt dem Klimawandel angepasst. Sag mal, echt? Echt? Ja, es gibt nur noch die Pizza zwei Jahreszeiten. Ja, fast schon Kabarett, aber richtig gut. Ja, brandaktuell. Oder wir machen es so. Meine Frau und ich haben im Bett ja schon alles probiert. Am besten schmeckt Pizza. Oh, der ist aber auch stark. Ja. Wobei, ich glaube, ich hab ihn jetzt. Ich schneide meine Pizza ja immer in vier Stücke. Weil acht schaffe ich nicht. Ja, der ist es wirklich. Ja, mal ein bisschen was Anspruchsvolles. Komm, mach mal Schluss mit lustig. Genau. Händlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Ja, der ist ja schon kurz體. In der Welt Louis Doll. In der Welt, in der Welt ganz getrennt. Ja, der ist ja schon kurz Handspr hässlich. Vielen Dank.